... Loch. Oh! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Oh Gott, da sind viel zu viele, hier lang. In einem Team? Ja. Ich sehe heute auch du kleines Schwuchtelns. Du kleines Schwuchtelns. Oh, da sind zwei, die sehen mich nicht. Ich komme von der anderen Seite. Ah, nee, ich wurde weggefickt von einem Bogenschützen. Oh, und ich hab mal wieder lag. Scheiße. Oh, scheiße. Ach, das bist du nur Kevin. Das bist, das bist du nur Kevin. Ich war gerade mit dir verwirrt. Und dann hau ich ihn weg. Warum hast du Kahn aufs Mal? Bist du bescheuert? Oh, verdammt. Alter. Schnell, weg. Wie peinlich. Teamkiller. Alter, wie der hier ausweicht. Alter, du musst echt mal aufpassen, ey. Ich weiß nicht. Ich habe die halbe Power weg. Man kann irgendwie den Schlag auch abbrechen, aber ich weiß nicht wie. Oh, nee, da sind wir zwei, ey. Was ist da hinten? Ich hole mir den Bogenschützen. Oh, ich habe gerade einen Teamkill gemacht. Oh, wie er mich weggesnackt hat. Holy. Oh Mann, wer kommt denn da von hinten? Alter, was ist denn das für ein Respawn-Gekille? Alter. Ey, das ist doch hier, da war ein Blauer. Der wollte, äh... Ja, ja, Krassbau war da. Krähen war da. Krähe. Krähen? Von Game of Thrones? Ja. Hast du dir die dritte Folge schon geguckt? Ich habe vier und fünf auch schon geguckt. Hä, gibt's schon? Ja. Oh. Wieder einer mit dem Schwert, das könnte René sein. Und das ist René. Ich kann nicht blocken bei ihm. Ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Da musst du gezielt blocken. Gezielt. Oh, verdammt. Ich muss nicht gerettet. Mann, ey. Wir sind dabei gestorben. Wir wurden beide geköpft. Von demselben. Oh, verdammt. Oh, den Ritter da, den holen wir uns, war. Das kann doch nur wieder ein. Ah, das war Wachtmeister hier. Oh, da läuft der Leben noch hier. Oh, Wachtmeister Bralor. Ich darf da nicht reinstechern, sonst bringe ich... Ach, Meister Bralor habe ich nie da geknüppelt. Ey, du musst echt aufpassen, ey. Wenn du... Ich kann ja auch so stechern, aber... Das vergesse ich manchmal. Au! Oh, fuck, ey. Krassbar. Alter. Ich kann ja mit so einem Knüppel da durchgehen. Da ist der Kopf weg gewesen. Heilige Scheiße. Oh, das macht Meister Bralor, Alter. Da haben sie mich wieder weggehauen. Oh, Scheiße. Schon wieder Krassbar. Was hat denn der für ein Knüppel? Alter. Der one-hitted mich damit immer. Was? Ich hatte volle Power. Die haben alle lange aufgereiht. Wie immer eine ganze Armee hinter mir kam. Ja. Oh, ja. Alter, diese Scheißbogenschütze. Oh Gott, da kommt Krassbar. Ja, hauen alle auf mich ein. Alle. Bogen Headshot hat er gemacht, ne. Oh, Leute. Wie macht Meister Bralor mich einfach niedergestreckt, da? Gestreckt? Ich bin so auf den zugelaufen. Da hat er mich einfach so abgestockt, ohne sich zu bewegen. Ich hab mit dem Ding Football gespielt, ey. Okay, ich bin da. Hilfe! Hilfe! Oh, Redi, du bist so ein Arsch! Das kann ich gar nicht glauben, ey. Das kann ich gar nicht glauben, ey. Ich glaub ich gar nicht. Das ist echt heftig. Was? Was war denn da? Ich wollte dir deine Beine nehmen. Sein Stecher ist einfach zu groß. Zu grob ist der einfach. Ey, ich steh fünf Meter weg, ey. Und das Ding kommt und schneidet durch. Das reißt alles auf, ey. Das reißt alles auf. Und dann ist alles blutig, wenn ich meinen Stellen angehalte. Alter, Wachmeister Bralor, ne? Holy shit. Oh, scheiße, ey. Kastra. Der Bicke. Der Bicke. Der Bicke. Ich mag die Map auch irgendwie nicht. Ich glaub nur verlieren. Verdammt. Oh Gott. Boah. Nein, wir sind. Weil er zu 50% erschöpft Mason Order. Bei mir steht nur Mason Order 50%. Ja, stimmt. Weil da steht auch 25% erschöpft, aber das wusste ich nicht. Ja, das war ja davor. Au, Alter, schon wieder so ein Bogenschütz, ey. Boah. Oh, ich bin schon wieder voll tot. Komm her. Ey, ohne Witz. Moment, du mit deiner Homo-Lanze. Komm her. Drei Pfeile. Hallo? Kannst du noch mal da weggehen, du Pissen, Elke? Alter. Alter, was für ein geilen Jump ich gemacht hab. Ach, das war auch scheiße. Mikey 74. Ist schon sein Geburtstag. Mein Typ macht Haar. Mikey 87. Wir dürfen diesen Bogenschützen hinten nicht verteilen. Ja, der... äh... Behindert. Komm her. Blöder Wichser. Blöder, kleiner, Flachwichser. Ey, wo kamst du denn jetzt her, du Fledermaus? Oh ja. Du Fledermaus? Ich hab gerade ne Beleidigung. Du Fledermaus. Oh ja, genau. Der trifft den mit dem Bogen. Alter. Mit dem Bogen. Krieg hier nix ab, krieg hier nix ab, du. Oh, Alter. Krassbar ist ein verdammter Cheater. Wie übel der Bursche ist. Der ist fast so gut wie Wachtmeister Brahler. Alter, ich hab gerade richtig schön ein Team-Clip fast gekriegt. Fast gekriegt. Alter, ich hab gerade fast... Einen von Wohreisamer. Der ist fast hier. Vielleicht nehm ich auch mal ne andere Waffe. Wollen wir mal gucken. Ne, so ein Kleinstecher, der ist aber schwul. Sonst hab ich hier nix. Alter, Wachtmeister Brahler und ne wie gut er ist. Das ist richtig krank. Gegen den hab ich kein... ne... Chance. Wuhu, weiter geht's. Wo seid ihr? Alte Lachse. So, René. Wir machen jetzt hier wieder formiertes Angreif. Gegen Wachtmeister Brahler. Diese Bogenschützen, ey. Da haben wir keine Chance. Wo ist der? Ach da. Der hier. Alter, ich werd schon wieder vom Bogen beschossen, ne? Hm. Wir können sie mal flankieren. Aber sie wissen, wo wir sind. Woah! Oh, da ist Wachtmeister Brahler. Oh, da ist Wachtmeister Brahler. Oh, fuck. Oh, scheiße. Der zieht immer seinen Scherz zurück. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Mann, warum rennt ihr mit der Herr und hab mich weg? Das ist sinnvoll, weil er irgendwann nur nachguckt. Aua. Ey, das ist voll unfair. Alter. Die kommen da alle. Die kommen da alle. Scheiße, Alter. Ich hab keine Chance gegen den, ey. Holy shit. Ey, ohne Witz. Ich bin gerade gespawnt und die kloppen mich schon wieder um. Kann es doch nicht sein, ey. Kann es doch nicht sein. Wie sie zu dritt gegen mich kämpfen. Oh, hast du das gesehen? Ja. Oh, Speed. Du hast mich geköpft, oder? Nein. Aua. Es war im Eifer des Gefechts. Er war gerade so unangreifbar. Und dann dachte ich, ich komm mal einmal kurz raus. Und dann wartest du, dann hattest du ihn schon gekillt. Und dann darfst du... Gar nichts mehr. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Alter, ey. Hier war zu dritt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hier war zu dritt, ey. Wie du da rumgetorkelt und rumgeschlagen hast, ne? Nicht mal in meiner Nähe, aber er schlägt die ganze Zeit. Ich kann richtig mehr die Power, ey. Was muss ich machen? Der Kopf wieder. Geil. Kevin ist in dem Schuppen hier. Alter, diese Bogen... Aha, ist das der hier? Ja, ja, der da. Jetzt kommt ihr bei hin, oder was? Ah, Kalle! Mann, das geht echt krass. Jetzt ist Schluss für Lust. Ich bin hier der Sheriff. Du bist ein Scheiß, ey. Oh, Gott. Gib dir gleich aufs Maul. Oh, Gott. Wir haben sowieso gleich verloren, ey. Alter Scheiße. Alter Scheiße. Keine Chance. Ey. Die sind alle bei der linken Seite des Zaums zurückgegangen. Ich bin rechts. Die habe ich alle nicht gesehen. Und dann habe ich die von hinten... Oh, Übel ist aufgeschlagen. Ja, ich habe noch einen mitgenommen. Dreden, du bist unsere letzte Hoffnung. Ohne Scheiß. Das ist Wachtmeister Bralor. Ja. Alter. Oh, Scheiße. Ich glaube, du warst der Letz... Ne, warst du denn gar nicht. Wo ist denn der Letzte? Tod. Ey, irgendwo... Da! Oh, das ist Knights of the Squat... Ah, da! Okay, Alter, was war das gerade? Ah, das war es wohl. Der heißt... Knights of the Squatum... Nein. Wie er kämpft, Alter. Wie ein Mann. Der war schon im Squatum. Oh. 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 Das Squatum hat sich geschlossen. Oh. Oh. Er hat seinen Kopf, glaube ich, zerschmettert. Kann das sein. Ja, also hier erwartet man schon ein bisschen Ehre. Und schlägt den nur... Alter, Crasper, ne? Guck dir den an. Mit seinem Knüppel. Überkrass. Crasper und Crash. Und Machtmeister Barlow, ey. 19, 9. Wie schlecht ich bin. Wie schlecht ich bin, ey. Ach, Meister Barlow. Machtmeister Barlow. Der hört sich aus... Der ist bestimmt so ein richtig fetter Bubbler, ey. Okay. Ah. Ergasser. Das Einzige, was der überwacht, ist seine Mikrowelle. Oh, ja. So. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wird der Ossi jetzt sagen? Ach, Signal vorher ist scheiße. Okay. Ich hab mir übrigens ne Playstation 3 schon vorbestellt. Nein, ne Playstation 4. Playstation 3. Ja, die hab ich auch vorbestellt. Cool. Ach, ich dachte wir... Kauf sie jetzt, oder nie? Ja, weil... Sonst wird er ja die bestimmt nicht mehr hergestellt. Äh, das kann sein, dass wenn... Dass am Ende keine mehr da sind. Ja, aber der PS3 auch schon so, dass die vergriffen war. Wird schon wieder eine da sein. Möchte aber keine Sekunde warten. The Last of Us wurde auch verschickt. Oh. Oh ja, das kommt morgen. Morgen schon da? Oh ja. Hammer geil. Aber jetzt muss wer einfach das Feuerhell löschen. Lösch das! Wo sind die Feinde? Äh, wer ist bei mir im Team? Kevin oder keiner? Ich glaube ich hab ne Fackel in der Hand. What the fuck? Okay, dann bist du wohl bei mir im Team. Fackel, Mann. Bist du blau? Das ist klar, ich hab krass bei einem Team. Okay, hab ich ja gewonnen. Wo sind die Feinde? What the fuck? I don't know. Löschen. Löschen. Ach so, ihr sollt das entzünden oder wat? Yes. Ah. Ach der Bullshit, okay. Alter, wie er da schon steht, ihr kleine Wichser. Oh, Mann, du. Hier, Alter, wie sie die Fackeln von hier unten werfen. Uuh. Will nicht wieder so weit lau? Na, Quadel, kleiner Wichser. Oh Gott, wir sind bei den Namen. Alter, nee. Du kommst hier nicht! Vorbei! Alter, wie viele hier oben sind! Was zum... Hier wird ganz schön überrannt gerade. Geh nicht. Alter. Mach mich fertig. Boah, jetzt bin ich hier wieder ganz hinten gespawnt, ne? Wann haben die alle so'n Knüppel, Alter? Das war schon? Das war die erste Aufgabe. Och, nee. Es gibt irgendwie drei oder vier. Wachtmeisterbrat. Alter, wie schnell die Boote da hinten halten. Weizen, ey. Ja, ich hab's auch gedacht, ey. Miau. Alter, schon wieder diese Bogenschützen, ne? Alter. Verteidig die Tre... Trebuchets! Die schon wieder. Alter, Bogenschützen, Bogenschützen, Alter, Bogenschützen! Boah! Trebuchets verteidigen. Okay, das macht Meister Bralor. Bin ich rot? Ja, du bist blau. Glaube ich. Musst du die Trebuchets verteidigen? Al... Alter! Oh Gott! Ja, da bist du bei mir. Boah, hab ich dir in die Mangel genommen wurdest. 15 Sekunden Respawnzeit, ey. Leck mich am Arsch. Und dann muss man immer so weit laufen, ne? Alter, Joel. Hä? Wo muss man so weit laufen dann noch? Jo, geht. Ja, dich geht. Nein, du spawnst ja dann woanders. Du bist jetzt noch beim alten Spawnpunkt gespawnt. Naja. Doch. Ich bin ja jetzt ganz woanders als du. Man kann auch direkt bei den Trebuchets quasi spawnen. Echt? Naja, in der Nähe, ne? Nicht da hinten am Strand. Ich dachte direkt davor. Ein Bouchet. Oh Gott, irgendwer hat ein Trebuchet zerstört. Was sind denn hier die Feinde? Nice! Freunde? Ach das. Kann da nur wieder einer sein. Spock, Omako! Boah, wie du in die Mangel genommen wurst. Hahaha. Freu dich nur. Oh Geil, jetzt fall ich auch noch die Treppe runter. Da stören wir ja das schöne Trebuchet. Muss ich dafür was drücken? Oder muss ich hier einfach nur stehen? Das wird weh sehen, ey. Kaputt. Was? Wie hast du das da? Ey komm! Wer ist das hier, Schwules? Ach Wachtmeister Bralo, ey. Leck mir im Arsch. Oh nein, leck mich fertig gemacht. Trebuchet 2 wurde zerstört. Oh nein! Wachtmeister Bralo steht vor unserem Swornpunkt. Da kommen drei Leute zum dritten Trebuchet. Du kleiner Hosen-Elf. Du kleiner Hosen-Elf. Du kleiner Hosen-Bär. Hat mich so schön angeschlichen, ne? Kleine Nasen-Bär, ey. Wolle. Die schauen wir glaube ich nicht mehr. Ja, die... Das sind Homos. Die drei Wichser, ey. Komm her. Hello? Komm her. Kasper, ihr habt die beiden letzten Motherfucker bei euch im Team, ey. Ja, stimmt oder nicht? Hier, das hier jetzt schon wieder? Was? Trebuchets verteidigen? Nee. Bogendinger. Alter, Rang 6. Heute geht das aber ganz schön flott. Ah. Bewacht. Wir haben noch nie zwei Level an einem Tag geschafft. Cool. Cool. W��psen. óp- Eimer 2 Grrrhrrrrrr- 0 2 2 0 1 2 1 2 1 Vielen Dank.